Hey Internet, Alex hier. Sehr cool, dass du da bist und bevor wir zum heutigen Video kommen, kurze Erinnerung, am 23.10. halte ich einen zweistündigen Workshop hier in Köln, wenn du dich dafür anmelden willst. Unten in der Beschreibung findest du einen Link dazu. Alright, heute will ich dir einen sehr coolen kleinen Trick, ein kleines Mindset, einen kleinen interessanten Gedanken mitgeben, wie du es schaffst, sehr viel disziplinierter zu werden und Routinen besser zu etablieren. Was ja im Endeffekt einer der wichtigsten Faktoren ist, um in etwas erfolgreich zu sein, nämlich die Dinge, die du jeden Tag machst, die machen dich aus, die bringen dich zu deinen Zielen näher. Selbst Aristoteles hat es ja schon gesagt. Die Dinge, die du jeden Tag machst, die bringen dich im Endeffekt zu deinen Zielen, machen dich zu dem, was du bist. Und wenn du eine neue Routine etablieren willst, brauchst du natürlich auch eine Menge Disziplin am Anfang. Ist nun mal so. Und ein interessanter Gedanke, der mir dabei immer wieder hilft, ich bin ja auch regelmäßig am Experimentieren, so welche Routinen behalte ich bei, welche neuen etablier ich, probiert hier immer wieder neue Sachen aus. Ist der Gedanke, okay, wenn ich es heute mache, dann wird es morgen für mich exponentiell einfacher und danach nochmal exponentiell einfacher und nochmal exponentiell einfacher. Heißt, nehmen wir an, du nimmst dir an, Sport zu machen und du gehst einmal ins Fitnessstudio und das ist echt schwer. Denkst dir, ja gut, mach ich. Dann kannst du in den Gedanken haben, alright, wenn ich es heute mache, wenn ich mich heute überwinde, dann fällt mir das Überwinden morgen exponentiell leichter. Heißt, nicht nur ein bisschen leichter, sondern exponentiell. Denn die Routine hat im Prinzip plus eins, plus einen Tag bekommen und ist somit fester in dir verankert worden. Heißt, die Nervenbahnen werden wirklich besser ausgebaut. Das heißt, wenn wir eine Routine immer wieder, immer wieder machen, einen bestimmten Gedanken zum Beispiel haben, werden auch die Nervenbindungen jedes Mal stärker. Heißt, wenn wir eine neue Routine aufbauen, machen wir uns das eben zu Nutzen, indem wir sagen, alright, heute ist es vielleicht schwerer, aber morgen wird es noch einfacher, einfacher, noch einfacher, noch einfacher und noch einfacher. Und das exponentiell. Sprich, wenn du eine Sache irgendwie mal 100 Tage am Stück machst, dann wird dir der 101. Tag überhaupt nicht schwerfallen. Zum Beispiel, nehmen wir an, meditieren. Ich meditiere, glaube ich, inzwischen seit drei Jahren oder zwei Jahren, zweieinhalb, drei Jahren, Jesus, ewig. Ähm, doch, irgendwie nicht ewig. Aber schon ein paar Jährchen. Es fällt mir nicht mehr schwer, mich da hinzusitzen und zu meditieren. Am Anfang war es natürlich so, ah, nur 20 Minuten die Klappe halten und nichts sagen und nichts denken. Das wird ja schrecklich. Ich denke eh die ganze Zeit und meine Aufmerksamkeit wird abgelenkt und bla bla bla. Aber mit der Zeit wird es natürlich immer, immer, immer einfacher. Heißt, exponentiell einfacher. Und das Interessante ist, du kannst den Gedanken auch umdrehen. Denn, wenn du dir sagst, vielleicht bist du jemand, der eher auf Schmerz reagiert, als auf positive Sachen, wenn du sagst, okay, zu etwas hin, oder von etwas weg, wenn du sagst, du reagierst eher auf von etwas weg, dann kannst du dir sagen, okay, wenn ich es heute nicht mache, dann wird es morgen für mich exponentiell schwerer. Und das ist nun mal auch so. Du hast schon einen Widerstand, brauchst schon mehr Willenskraft, um eine neue Routine zu etablieren. Wenn du jetzt allerdings diese Willenskraft schon am heutigen Tag nicht aufbringst, dann wird es morgen noch unwahrscheinlicher, dass du es machst. Alright, also, simpler kleiner Gedanke, es wird entweder exponentiell einfacher, wenn du es heute machst, oder exponentiell schwerer, wenn du es heute nicht machst. Und das addiert sich mit der Zeit. Und das wird dann über die Zeit viel, viel einfacher oder auch viel, viel schwerer. Alright, dann würde ich mich interessieren, wo wirst du das anwenden? In welchem Bereich? Was für eine Routine versuchst du gerade zu etablieren? Oder wo versuchst du gerade disziplinierter zu werden? Und denkst dir, alright, der Gedanke kann mir da echt gut helfen. Ja, schreib mir das mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und natürlich, wenn du mehr sehen willst, unten, hier unter mir, hast du einen Link zum letzten Video, genauso wie ein Abo-Button, genauso wie ein Link zu meinem kostenlosen Online-Coaching. Da werden wir, kriegst du von mir regelmäßig E-Mails mit Aufgaben, exklusiven Videos, die ich hier nicht veröffentliche und werden so jeden Lebensbereich von dir schrittwischend abgehen. Und wenn du sagst, ey, ich nehme das Ganze sehr ernst, ich will meine Ziele noch schneller erreichen, noch besser werden, dann schau dir mal das Boss-Camp an. Das ist mein 8-stündiger Online-Kurs mit Facebook-Gruppe, mit Kontakt zu mir. Wo du dich gerne anmelden kannst. Und dann sehen wir uns vielleicht da oder am 23.10. auf meinem Workshop. Findest du auch in der Beschreibung einen Link. Und ja, dann sehen wir uns irgendwo da oder im nächsten Video.